Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Gaming Kingdom Kanal. Ja, 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 lang ist's her. Die Winterferien waren, Silvester war, Weihnachten war und irgendwie bin ich dazu dann nicht gekommen, ein Video zu drehen. Und momentan bin ich an einem Top 10 der stärksten Pokémon dran. Deswegen gibt's jetzt für euch ein kleines Let's Play vom Clash Royale. Es hat sich einiges geändert, wie ihr seht, wie eigentlich jedes Mal. Und zwar bin ich jetzt Arena 10. Wuhu, ich hab's endlich geschafft. Ich bin jetzt in der höchsten Arena. In der Zwischenzeit kam auch schon eine neue Arena raus. Die gucken wir uns aber später an. Also, darauf hab ich mich richtig gefreut. Weil, ähm, naja, die höchste Arena brütet einfach so viele Vorteile. Ich kann mir jetzt endlich ihre Karten im Shop holen. Ich kann seltene garantiert aus der Silbertour bekommen. Also, hallo, seltene muss der Silbertour garantiert. Und noch vieles mehr, also das ist schon ziemlich geil. Ähm, und, ähm, mein Clan ist komplett voll. Wir landen gerade eine Clan-Tour. Das ist ziemlich geil, ähm, dass mein Clan komplett voll ist, da, ähm, nun ja, ich jetzt gleich die Clan-Tour voll bekomme. Und da ich jetzt eine kleine Community in meinem Clan selber drin habe. Ähm, na, ich würd sagen, da meine Truhen gerade noch voll sind. Gucken wir uns erstmal meine neue Stack an. Ihr seht schon, ich habe die neue Karte Elektromagia. Ich hab mich so gefreut. Ich hab eine legendäre Truhe geöffnet. Ich habe gehofft. Bitte Elektromagia, bitte Elektromagia, bitte Elektromagia. Und was kam? Boom, Elektromagia. Wenn ich die Truhe noch habe, blende ich sie euch auch noch später ein. Wie immer. Ja, ja, sonst spiele ich noch Elite-Barbaren, Zep, Skelettermie, Megalakai, Godem. Ähm, dann halt noch die Elektromagia-Pumpe und der Feuerball. Ähm, dann habe ich hier noch, ähm, eine weitere Legendary bekommen, auch abgesehen jetzt vom, ähm, vom Elektromagia. Und zwar den Fernodrachen. Habe ich auch das von der Elektromagia-Tour bekommen. Und, ähm, ja, ich finde den ganz okay. Aber es gibt bessere Legendaries. Jetzt fehlen mir nur noch zwei, die ich unbedingt haben will. Und zwar Kampfvolts und Friedhof. Im Shop ist gar nichts Besonderes. Ich hole mir demnächst das Arena-Angebot 10, eine legendäre Truhe, Tordens von der Tywin und 100.000 Gold. Damit kriegt man nochmal 5 Legendaries garantiert. So, genug des Redens, ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal ein Testspiel und dann Online-Kämpfe. Na, will jemand's? Ja. Oh. Hoppla. So, der gute Roylou, Royl Gaming, 2000 Trophies. Mal gucken, wie er sich schlägt mit seinem Deck. Mein Deck ist ziemlich krass, finde ich. Also, danke an den guten Bernhard, der dieses Deck erstellt hat. Ich habe es nur leicht abgeändert. Ich glaube, zwei Karten habe ich abgeändert. So, erstmal Megalakai tötet Speer-Kobolde. Und jetzt kommt der legendäre Elektrom-Wizard. Oh, der ist schon weg. Ups. Okay. Nicht schlecht, Herr Spich. Aber gleich komme ich. Mit meinem Golem. So, jetzt geht's los. Jetzt bin ich unaufhaltsam. Ja, der holt schon los. Da hilft auch kein, ähm, Liedbaba. Ah, das glänzt mir schon scheiße. Egal. Trotzdem bin ich unaufhaltsam. Fuck. Gut abgewehrt. Muss ich schon zugeben. Muss ich echt zugeben. Und da hat er sein Sepp verschwinden. Jetzt kann ich, glaube ich, einfach los drauf. Ja. Er hat einfach mal Sepp gespiegelt. Nicht schlecht, aber das reicht nicht. Um gegen mich zu gewinnen. Ich bin nicht umsonst, Arina 10. So, okay, meine Liedbaba ist jetzt weg. So. Ähm, es gibt, ähm, es hat jetzt schon vorher, ich war jetzt lange Zeit nicht mehr auf YouTube aktiv. Es gab aber, bevor diese Clan-Truhe erschien, noch eine andere Art von Clan-Truhe. Die war etwas größer. Na, was heißt etwas? Die war doppelt so groß. Kam aber dafür auch, ähm, zweimal so lang nicht. Also, ähm, ist es immer noch die gleichen, äh, ist es sozusagen immer noch die gleiche Truhe, nur halt noch aufgeteilt. So, die neue Arena, ähm, ja, die neue Arena ist ziemlich okay momentan. Es gibt momentan für diese Arena nur eine neue Karte. Und zwar den Blastor Cobalt. Nach dem Kampf zeige ich ihn euch mal. Aber ich nehme an, dass ihr ihn auch gesehen habt. Ähm, jedenfalls... Oh, schuldigung, der macht mir hier viel Schaden. Die neue Arena, da kommen natürlich noch, äh, alle zwei Wochen wieder neue Karten. Das kennt man ja. Und zwar ist die nächste Karte eine epische. Der Henker. So, ein Bowler, der nur hin- und zurückschmeißt. Das ist ziemlich cool. So, jetzt versucht er mich wieder hier zu kriegen, aber kriegt er mich dieser? Nein, kriegt er nicht. Oh, der hat einfach mal die Skäler mir gespiegelt. Wer spielt heutzutage noch Spiegel? So, da ist... Oh, der Elite-Baba weg. Oh. Egal. Verloren. Nein. Nicht verloren. Er kontert. Er kontert, er kontert, er kontert. Er kontert. Reaktion ist gut. Aber ich bin Guter. Ich bin, ich bin Guter. So, der Elektro-Waser, der kann zwei Ziele auf einmal treffen, das ist ziemlich cool. Okay, er hat nur noch, äh, 15 Leben, ein Zap, das war's. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Mal gucken, ob wir jetzt noch mehr Leute, äh, wollen. falls ja mache ich glaube ich noch ein krank ich bin noch in der schule ja wirklich kein was da wird so nicht ja master küppel und da kommen wir in der uralten arena wo ich vor jahren war da war ich aber auch ziemlich lange das ist auch okay ist barbarn und elektro röse vor dem win echt gute kombo und ob einer der elizabeth schaden das ist echt gut später noch was später noch was später noch was meine spielten kann ich also mit des griffen eingehen ja also ich kann euch nur empfehlen gegen barbarn könnt ihr ruhig die skater mehr einsetzen hört sich schräg an aber ist so das ist eine gute konnte und einmal hat er jetzt ein mager gemisst leiste da heute ist so ich nehme an dass er eigentlich abhören wollte nein wollte er nicht warum denn auch egal seiner ist jetzt eh weg bam perfekt mein mega lakai ist geschützt nach der andere mega lakai geht nicht auf ihn drauf und ne noch zwei hits perfekt dein guter macht ein bisschen schaden wie ist okay wie ist okay und jetzt ist es nicht mehr so okay weil ich den jetzt nicht mehr ja doch okay alles gut ich sepp mal den ich habe keinen bock auf den mega lakai und dann ist auch schon gleich die letzte minute angebrochen ich glaube ich spiele erstmal kohle und die letzte minute beginnt und er hat auch kohle gespielt komm 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 jawoll er visiert den dann würde ich jetzt mal sagen gutes spiel gutes spiel na ja dagegen kann er nichts mehr machen er kriegt ruhig meinen turm aber er kann nichts mehr dagegen machen er hat jetzt zu viel damage eingesteckt aber geh weg von meinem elixiersack stirb 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 so sepp parat halten und so oi damit habe ich jetzt nicht gerechnet so 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 nur tausend lives so so mal gucken wer jetzt hier der bessere ist das wird jetzt hier rausstehen so 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 sehr so 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 als auch wie die punch aber her die das 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 Oh, die kommen durch. Oh mein Gott, die kommen durch. Oh mein Gott. Die kommen nun durch. Das war der größte Fehler, den er hätte machen können. Und viele meiner Skelette kommen auch noch durch. Alter, das wird ein Massaker an Schaden. Und der hat gerade mal Level 8 Skelette abgenommen. Oh Junge, der macht mich fertig. Der macht die Neuweißkeit fertig. Wenn der Bombentum an Arena 10 spielt, dann macht er mich fertig. Ja, aber jetzt ernsthaft, das ist eine Karte, die man bis Arena 5 spielt. Oder Arena 4, weil da haben wir es ein bisschen an. Blasrohr, Kobold, Kürzer, Blasrohr, Kobold. 2, jetzt kann er auf Level 3 nur einstecken. Nicht gut. Ha, Elika waren. Gedisst. Gedisst. Und, boom. Auch der zweite Turm ist weg. Und dann greifen wir jetzt aber mal weiter an. Zapp. Boom. Boom. Fireball. Ja, okay, denn sein Turm ist weg. GG. Ja. Bombentum viel zu spät gesetzt. Also wenn du schon Bombentum spielst, dann bitte richtig. 20 Gold. Ed Manikin, bist du sicher, dass du noch in der Schule bist? Badum. Warum, Leute? Die letzte Gerichtsschreibung ist schon wichtig, ja, aber man kann doch in kurzen Errichten sich rumverhalten. Nicht schlimm, okay? Weil das machen die ja anscheinend sehr oft. Fehler korrigieren. Also wenn du noch in der Schule bist, dann kommt ruhig in den Royal Gaming Clan von mir, dem guten GK, alias Gaming Kingdom, alias du bist ein Opfer. Und, ähm, ja, bringt die nötigen Trophäen bitte mit. Ähm, kleinen Kürzel seht ihr, R, Y, R, J, U, R, P. Momentan bin ich an einem, ähm, Top 10, der stärksten Pokémon dran. Und an einem anderen Format, ein neues Format, das ich euch noch geheim halten will. Also ich will nicht zu viel fackern. Tue ich auch nicht. Aber, es wird ein tolles Format, das kann ich euch besprechen. Ähm, und, nun ja. 16,5 Minuten schon wieder aufgenommen. Das geht schnell. Und ich hab keine einzige Trophäen bekommen. Ja, ich würde sagen, das war nur so ein kleines Up-to-Date-Video, wenn ihr es so wollt, dass ich noch halt lebe. Und da sind in Kürze ein paar Videos kommen hintereinander. Aber ihr merkt ein paar. Sozusagen eine Games-Flutwelle oder sowas ähnliches. Also seid gespannt. Und, und dann, ähm, nun ja, ihr habt ja jetzt die restlichen Truhen eingeblendet gesehen bekommen. Ich hab ja gesagt, man kriegt ja 5 Legendaries durch dieses Arena 10 Angebot. Was dann hierbei kommen wird. Ich hatte es schon einmal angeboten bekommen. Und dann, äh, würde ich sagen. Also, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Entweder halt ein, weiß was, Let's Play inzwischenzeit oder halt direkt schon die 2, 3 Videos. Egal. Was. Denn wir sehen uns auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da oder einen schönen Kommentar. Darüber würde ich mich beides freuen. Und, äh, falls ihr mich so sehr mögt, dass ihr mich immer zu Gesicht haben wollt. Und mit der Face, mit dem Face-N-Gesicht-Video, ich weiß nicht, was ich das nenne, soll ich von der Kamera stehen. Dann schreibt es mir bitte auf. Ansonsten könnt ihr auch mich abonnieren, falls ihr wollt. Hm, ihr wollt. Okay. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao.